Liebe Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten aus Tessau-Rosla und Umgebung, liebe Gäste, als Wittenberger grüße ich euch und sie von Elbestadt zu Elbestadt ganz unter dem Motto blaues Band unter roter Flagge. Und da ich leider heute nicht dabei sein kann, kommt dieser Gruß nun über Video, aber direkt aus dem Europäischen Parlament hier in Brüssel. Es ist oft eine logistische Herausforderung, die parlamentarische Arbeit in Brüssel und Straßburg und gleichzeitig die wichtige Arbeit in unserer Region gemeinsam unter den Hut zu bringen. Ich arbeite hier in drei Ausschüssen im Europäischen Parlament für die SPD, für Sachsen-Anhalt, zum Teil mit einer auswärtigen Politik, Entwicklungszusammenarbeit und Menschenrechte. Und einen Schwerpunkt habe ich hier auf meine Arbeit gelegt auf Israel, aber auch auf die Nahostregionen. Seit letztem Jahr ist verstärkt zu sehen, dass die europäische Außenpolitik zu unseren Nachbarstaaten, also insbesondere Syrien, Türkei, Iran, aber auch die humanitäre Hilfe und die Entwicklungszusammenarbeit direkte Auswirkungen auf unsere Region haben. Das ist insbesondere an der Flüchtlingssituation mittlerweile auch täglich in unseren Kommunen erlebbar. Neujahrsempfänge sind immer ein Anlass, auf das vergangene Jahr zurückzublicken und in Dessau-Roslau erinnere ich mich im Jahr 2015 gerne an einige Veranstaltungen zurück. Während meiner Radtour im Sommer entlang des Europaratweges R1 habe ich Halt in Dessau-Roslau gemacht und gemeinsam mit dem Landtagskandidaten Robert Hartmann den Jugendmigrationsdienst und die Vertreter der Stadt sowie auch der Wohnungswirtschaft zum Thema Flüchtlingspolitik vor Ort getroffen. Wir haben gemeinsam diskutiert und genau dementsprechend müssen wir gemeinsam das Thema auch weiter angehen und in Verbindung zwischen Europapolitik und Kommunalpolitik nicht nur bleiben, sondern auch zu sehen, wie wir die Flüchtlinge gemeinsam integrieren können. Wir versuchen das in Europa und gleichzeitig in Deutschland in den Kommunen. 2015 war auch das Jahr des Abschieds. Wir haben den früheren Bürgermeister Karl Gröger das letzte Geleit gegeben, eine sehr bewegende Veranstaltung gehabt und Karl war für mich und ein wahrer Europäer. In dem vergangenen Jahr habe ich ihm das Versprechen gegeben, mit anderen Europaabgeordneten in das Europadorf nach Mainzdorf zu besuchen und dies werde ich auch in dieser Legislaturperiode, die bis 2019 geht, auf jeden Fall tun. Blicken wir nach vorn, so naht hingegen schon mittlerweile in zwei Monaten die Landtagswahl. Holger Höfelmann und Robert Hartmann und die gesamte Landes-SPD verdienen unsere Unterstützung im Wahlkampf von jeden Einzelnen. Wir müssen gemeinsam, auch als Demokraten, dafür kämpfen, dass die AfD so wenig Unterstützung wie möglich bekommt. Hier habe ich eine große Gefahr vor uns sehen und es geht wirklich darum, alle Kräfte zu mobilisieren und hier gemeinsam voranzugehen. Wir müssen auch vor den Linken durch die Ziellinie kommen. Das ist das zentrale Team für die SPD in diesem Landtagswahlkampf. Mit uns Sozialdemokraten in der Staatskanzlei haben wir gute Chancen, eine neue Politik, eine Politik nach vorne zu machen, auch unser Image neu anzugehen und merkt euch einfach schon mal vor, am 18. und 19. Februar in Dessau-Roslau zu verschiedenen Veranstaltungen gerne auch zu Europa ins Gespräch kommen zu können. Während ich am Donnerstagabend mit Robert Hartmann und euch zum Thema Tipptipp diskutiere, werde ich am Freitag einen ganzen Wahlkreistag erneut in der Region verbringen und Holger und ich laden am Freitagabend zu einer Diskussion über Syrien und der Flüchtlingspolitik vor Ort in Roslau ein. Ich freue mich auf euch und den anstehenden Wahlkampf. Ich freue mich auf das politische Jahr, auch für Dessau-Roslau. Ihr hattet einen soweit guten, tollen Neujahrsempfang, an dem ich teilnehmen konnte. Und ich wünsche euch einen guten Abend und werde mittlerweile die traditionsgewordenen Salzstangen ergänzen. Ich habe mir erlaubt, belgische Schokolade in Brüssel dort mit dabei zu legen und diese sollen euch den Neujahrsempfang ein bisschen versüßen. In diesem Sinne alles Gute, Glück auf und bis bald von Elbe zu Elbestadt. Euer Arne. Tschüss.